Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die beste Akku-Heckenschere und ohne Zeit zu verdienen legen wir direkt los. Die Akku-Heckenschere, die uns vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten überzeugen konnte, ist die von Bosch, und zwar, um genau zu sein, die AHS 5020. Es handelt sich hierbei um eine Akku-Heckenschere mit einem 18 Volt 2,5 Ampere Stunden Akku. Die Messerlänge beträgt dabei 50 cm und der Abstand der einzelnen Zähne beträgt 20 mm. Kosten tut die Heckenschere nur 81 Euro aktuell, aber ohne Akku. Und ihr braucht nicht einmal einen Akku, falls ihr schon ein Bosch-Gerät zu Hause habt. Ich blende hier kurz ein Bild ein. Also wenn ihr einen 18 Volt 2,5 Ampere Stunden Akku bereits zu Hause habt, ist aber ganz wichtig, dass der halt von Bosch sein muss. Und das darf auch nicht der blaue sein, der ist wohl nicht kompatibel. Dann ist der hier mit dieser Heckenschere kompatibel und ihr spart euch eine Menge Geld. Aber wenn ihr halt noch keinen Akku habt, dann kostet euch der ganze Spaß mit Ladestation 135 Euro. Aber jetzt schauen wir uns doch mal die Heckenschere genauer an. Zunächst einmal, diese Heckenschere ist für kleine oder mittelgroße Gebüsche gedacht. Und es hat sogar eine Sägefunktion, das nennen die einfach so. Also Äste mit einem Durchmesser von 25 mm kann durchtrennt werden mit dieser Heckenschere. Und das ist schon erstaunlich gut für eine Akku-Heckenschere. Was auch ganz gut ist, ist, dass es recht leicht ist. Es wiegt nämlich nur 2,5 Kilo und das ist auch wichtig, denn ihr werdet ab und zu mal halt die Heckenschere recht weit oben halten müssen, wenn die Heck halt ein bisschen höher ist. Und glaubt mir, auch wenn es nur 5 Kilo wiegen würde, es würdet ihr sofort in den Schultern oder in den Armen spüren. Das kann man nicht lange aushalten. Aber wenn sie halt nur so leicht ist wie 2,5 Kilo, dann funktioniert das recht gut. Und damit die ganzen Äste, die ihr halt abschneidet, nicht immer gegen eure Hände und Finger fliegen, habt ihr auch einen Messerschutz angebracht. Der ist aus Kunststoff und ist auch recht robust. Und hinten am Griff habt ihr halt nochmal so eine Gummibeschichtung. Und die sorgt dafür, dass ihr einen sicheren Griff habt und dass die Heckenschere nicht einfach abrutschen kann. Was auch wichtig ist, ist die Lautstärke. Einige Heckenscheren sind so unfassbar laut. Hier ist das nicht so wild, sage ich mal. 92 Dezibel, das ist recht leise für eine Heckenschere. Aber wenn ihr halt wirklich sehr, sehr viel schneiden müsst, dann empfiehlt der Hersteller halt so einen Gehörschutz. Und ja, das ist halt natürlich die beste Möglichkeit. Aber nicht jeder besitzt so etwas und das muss auch nicht unbedingt sein. So laut ist das denn gar nicht. Wenn ihr so gute Kopfhörer habt, die recht gut abdichten, dann macht einen Podcast an und dann stört euch das auch gar nicht weiter. Und selbstverständlich habt ihr noch ein Anti-Blockiersystem. Ab und zu mal werdet ihr halt Äste haben, die ein bisschen dicker sind. Dann werden die Klingen halt verhindert, dass sie blockieren. So, dann schauen wir uns doch mal an, was ist denn genau im Lieferumfang dabei. Aber wenn ihr euch jetzt für die Version mit dem Akku entscheidet, davon gehe ich jetzt mal aus, dann habt ihr natürlich die Heckenschere, dann habt ihr einen Akku, dann habt ihr noch ein Ladegerät für das Akku und natürlich einen Messerschutz, den ihr halt über die Klingen zieht, sobald ihr fertig seid. Was für mich auch immer wichtig ist, dass eine Sache simpel ist. Also, ich möchte das Teil einfach auspacken, ich möchte den Akku anschließen und dann geht es schon gleich los. Und genau das ist hier der Fall. Denn ihr müsst nichts weiter tun, als den vollgeladenen Akku einfach anschließen und dann müsst ihr zwei Bestätigungshebel drücken. Und das Coole ist, ihr habt halt gleich hinten eine Möglichkeit zum Halten und vorne drei Möglichkeiten. Also je nachdem, ob ihr Linkshänder seid oder Rechtshänder seid oder einfach mal die Arme auswechseln wollt oder anders greifen wollt, ist gar kein Problem, ihr habt da ganz viele Möglichkeiten. Und sobald ihr halt zwei dieser Einschalthebel klickt, könnt ihr direkt loslegen. Und genau das mag ich. Eine Sache ist aber wichtig, ihr solltet einmal die Klingen mit Universalöl einschmieren, damit die Messer und die Schneiden halt gut geschmiert sind. Aber es gibt auch einen Kritikpunkt und das ist ein kleiner Kritikpunkt und zwar ist das der Akku. Bei dem Akku gibt es einfach keine externe Anzeige, man weiß also nie, wie lange der Akku noch hält. Das ist ein bisschen schade, das hätten wir anders lösen können, aber es ist halb so wild. Ich meine, wenn irgendwann das Teil schwächer wird und dann komplett aufhört, dann wisst ihr Bescheid. Aber die Akkus sind gar nicht schwach und zwar eineinhalb Stunden könnt ihr locker damit Hacken schneiden und laut dem Hersteller könnt ihr Hacken bis zu 200 Quadratmetern damit schneiden mit einer einzigen Akkuladung. Wenn ihr also interessiert seid, dann unten in der Beschreibung und in den Kommentaren ist diese Akku-Hackenschere verlinkt. Und damit bis zum nächsten Video.